Willkommen zu einem neuen Video, heute geht es mal wie ihr schon sehen könnt ihr Moran Kios 2 und wir werden uns mal einen Trailer anschauen, nachher wird es ein kleines Fazit geben, Infos und so weiter und so fort, alles wichtige was ihr wissen müsst, das fährt jetzt hier und vollständig So, vielleicht gehe ich da schon mal drauf ein und das sieht, Leute, das sieht wirklich ganz krass nach einem Flammenritter aus Vor allem die Rüssig, der Hammer, ja nicht wirklich meiner Meinung nach, aber das sieht stark nach Flammenritter aus Und dann noch das, das ist bis zum Schluss das gleiche, wenn ihr da vorspult, dann seht ihr das, das ist genau das gleiche Ich habe einen Ordner erstellt, beziehungsweise ich habe da einen Ordner, so Das sind womöglich Oran Kios 2 Screenshots, ich kann das einfach nicht 100% sagen, ob das wirklich Oran Kios 2 Screenshots sind Es ist noch nichts bestätigt, sagen wir es einfach mal so Auf jeden Fall, wenn es wirklich Oran Kios 2 wäre, klar, die Bilder sind natürlich katastrophale Qualität Aber man kann wirklich schon sehen, die Texturen sind einiges besser, nur schon mit diesen Bildern kann man das sehen Wie gesagt, wenn es wirklich Oran Kios 2 ist, das ist schwierig zu sagen, das hat mir Lukas zugeschickt, danke nochmals an Lukas Auf jeden Fall auch diese Perspektive, die sieht sehr nach Oran Kios 1 aus, also von seitlich unten Das sieht schon sehr nach Oran Kios aus, auch die Texturen sieht nach Oran Kios aus, also wird schwer zu sagen Was hier meiner Meinung nach nicht so nach Oran Kios 2 aussieht, sind das hier, diese Menüs Klar, hier kämpfen und so weiter, springen, das wird gleich bleiben, hier dieses Menü zum rausziehen und so weiter, all das Karte hier, so wie es aussieht, das ist wahrscheinlich noch in der Alpha oder Beta und so weiter und so fort So, aber eben, ich will euch wirklich coole Infos geben, ich will nicht einfach nur einen Trailer hochladen Ich meine, der Trailer, wie gesagt, den kann man eigentlich nicht analysieren, da eben, außer dass man da den Flammenritter sieht und so weiter Dann, was hat Florian hier geschrieben, das ist übrigens der Kanal von Florian, das ist der Community Manager von Deutschland, Österreich und der Schweiz Oder Kios 1, wird es weiterhin Updates geben, das ist schön, ich denke aber, das wird irgendwann so sein wie bei Modern Combat 1, 2 und so weiter, wenn ein neues Spiel rauskommt und werden irgendwann die Server runtergefahren Das Spiel wird nicht mehr upgedatet und es lohnt sich nicht mehr, also ich kann euch sagen bzw. empfehlen nicht mehr zu viel Geld ausgeben Dann, was kann ich auch noch sagen, das Release-Datum ist, ich habe dann, ich habe da mit Florian geschrieben, ich zeige sie im Nachrichten nicht Aber ich kann es euch versprechen, der hat mir geschrieben, dass das Spiel im Herbst rauskommen wird, wenn alles gut läuft Also schon ziemlich bald, ich meine, Herbst beginnt, glaube ich, im Oktober, wenn ich mich nicht täusche Oder war es September schon, auf jeden Fall irgendwie sowas Ich denke, das ist ungefähr, gefühlt, so wie wir Gameloft kennen, eher Oktober rauskommt, September ist ja, glaube ich, auch schon Herbstanfang irgendein, es gibt ja mehrere Herbstanfänge, wenn ihr euch dann ein bisschen auskennt und so weiter Und, äh, ja, dann haben wir hier sogar noch eine Webseite Und die ist, äh, die hat er da nicht perfekt, er hat da ein Komma genommen für das Erste Wir werden jetzt sie mal anschauen Und, so, ok, Florian, hast du einen Fehler gemacht, also wenn du das Video siehst, deine Videobeschreibung So, und die Webseite ist schon, läuft schon, die sieht sehr cool aus, wir haben da auch eine Hintergrundmusik So, Gameloft Und Road to Redemption, so, wir werden noch auf Deutsch stellen, damit ihr das alles versteht, bzw. ich auch verstehe Klar, ich bin ja ein deutscher Kanal, also will ich das auch auf Deutsch lassen So, der Weg zur Lösung beginnt hier, ähm, wir können da uns registrieren, wie bei VersoicinWorldsMobile Dann könnt ihr so Punkte erhalten und ihr erhält da Items, also Gegenstände Und ich denke, ihr könnt da twitteren, ihr könnt sie jetzt einschreiben, das werde ich wahrscheinlich machen Da seht ihr da in Säcke die Konzeptdesigns, die verschiedenen Welten und ihre Bewohner Man kann da noch nichts draufklicken, Leute, also ist alles noch sehr am Anfang Geschichte, da kommen wahrscheinlich noch mehrere Menüs hin Auf jeden Fall sehr schön gemacht, Traumtrümmer Wir sind alle geborene Träumer, aber einige Träume sind wirkliche, wirkliche, also auch wirkliche Aus anderen, nutze die Traumtrümmer, um dem Traumkerkern zu gelangen, grossartige Belohnungen zu gewinnen Erfahrungstrank, lass nicht zu, dass so etwas wie Erschöpfung deinem Abenteuer im Weg steht Ähm, für alles genau, das sind einfach so Tränke, ehrlich, eben Wir kennen ja das mehr oder weniger alles schon von Aron Chaos 1 Einfach ein bisschen in einer anderen Form, vielleicht hat das das eine oder andere neu Glaubst du ein Schicksal oder Glück, wie dem auch sei, dieser Edelstein öffnet eine zusätzliche Reine Dein Inventar, ja, Elixier der Tagkraft, klar, das ist jetzt eigentlich noch sehr, sehr, sehr wenig Info, was wir da wirklich haben Klar, das ist natürlich nur ein Teaser und so weiter, ich werde das jetzt, ich kann das leider noch nicht muten Das ist ein bisschen, ah doch, ich kann es muten, das ist ganz geil Ähm, ist ein bisschen schade, dass wir da nur so wenig Infos haben Was ich einfach noch dazu sagen kann, was ich keine bestätigten Infos habe Wie gesagt, die Bilder hier, die ihr vorhin gesehen habt, diese, die sind auch nicht bestätigt Das ist, äh, Oran Chaos 2 ist, dürfte aber meiner Meinung nach die Chance grösser als 50% sein, dass es wirklich Oran Chaos 2 ist Auf jeden Fall, das Spiel wird Freemium, das ist, äh, mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen Wie gesagt, es gibt keine Bestätigung, äh, weder von GameLoft noch sonst irgendwo, äh, ist aber sehr anzunehmen Und wie gesagt, Oran Chaos wird's Updates geben Und wie gesagt, ich denke auch, dass Oran Chaos 1, ich muss jetzt sagen, dass Oran Chaos 1 nicht mehr weitergeführt wird Sobald Oran Chaos 2, 2, 3, 4, 5 Updates, äh, hinter sich hat Auf jeden Fall, ich freue mich, das Spiel anzuzocken, ähm, und euch das zu vorstellen Eben, ich will, ich will nicht einfach einen Trader auf meinem Kanal hochladen Und euch damit, und nichts dazu zu sagen, ähm, und, äh, euch einfach da stehen lassen Das ist alle Infos, die ich im Moment habe Auf jeden Fall, ich hoffe, Leute, euch hat die Info gefallen Wenn ja, Like-Button, ihr wisst, wo ihr seid, einfach drauf drücken, wäre wirklich nice Und dann sehen wir uns in einem nächsten Video wieder Tschüss, Leute!